Ich glaube, das könnte Gelb geben. Und das zeigt den Gelb. Kann man durchaus geben. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Jetzt der Versuch. Richtig guter Freistoß. Da war nichts zu halten. Der Vorstoß da jetzt. Die Chance. Was für ein Tor. Ein überragender Schuss. Da hat alles gepasst. Ja, das sieht gut aus. Zieht ab. Sie machen das Tor. Mark Lorenz. Macht er ihn. Da macht er ihn rein. Wir gehen in den Strafraum. Ball fliegt hoch ein. Versucht per Volley. Und da ist das Tor. Gefährlich. Da kommt die Ereingabe. Und jetzt die Chance. Guter Volley-Schuss. Was für ein Tor. Tor. Guter Volley-Schuss. Das ist die Chance. Wie macht er den denn rein? Das könnte eine Gelegenheit werden. Und Tor, den macht er. Da haben sie den Ball. Und nun ein Schuss. Zifftler, ja, drin, Tor.